Hey Leute, heute zeichnen wir Frankfurt als Person. Wir fangen an mit einer Skizze. Dreimal dürft ihr raten, was die junge Dame für eine Jacke anhat. Spoiler-Warnung, es gibt drei Streifen an der Jacke. Und die Rede ist von Frankfurt am Main und nicht Frankfurt an der Oder. Zwei verschiedene Welten einfach. Die junge Dame trägt eine schicke Kelswürste. Welche Stadt soll ich als nächstes machen? Die Leggings ausmalen für den Drip, bisschen Camouflage hier rein. Ganz wichtig, ein viel zu dunkler Lip Liner für die viel zu hellen Lippen. Highlights hier im Ring, auf der Nase, in den Lippen. Und fertig, wer erkennt sie?